Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich Ehrlich Menschen hautnah. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Zeit haben wir nicht wirklich viel zu lachen. Umso besser, dass wir heute hier bei mir viel über den Humor sprechen werden. Meine heutige Gesprächspartnerin hat nämlich ein neues Kabarettprogramm am Start. Radikal inkonsequent heißt das und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist und sich Zeit genommen hat und begrüße recht herzlich Eva-Maria Marold. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Bevor wir über dein neues Kabarett sprechen, würde ich so gerne ein bisschen über dein Leben sprechen. Du hast ja eigentlich Dolmetsch studiert, aber den Weg auf die Bühne gefunden. Egal ob Schauspiel, Musical, Tanz, Gesungen, Kabarett, alles was mit der Bühne zu tun hat. War das immer schon der große Traum, dein Wunsch? Nein, eigentlich nicht, weil ich konnte mir das nicht vorstellen als junges Mädel, dass das funktioniert, dass man damit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also Traum. Ich habe das große Glück, dass ich eigentlich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte und das, was mir Spaß macht, mein Beruf geworden ist. Ja, vor allem, du hast ja auch in Amerika, glaube ich, auch Schauspiel studiert. Du hast auch in Sizilien gelebt, in Ghana, in Deutschland, auf der ganzen Welt unterwegs. Was hat dich denn da so am meisten geprägt vielleicht von diesen Reisen? Also jedes dieser Länder, die sie, oder du, die du gerade aufgezählt hast, jedes dieser Länder hat was anderes mit mir gemacht. Und am meisten geprägt vielleicht dann doch Sizilien, weil es mich dort immer noch hinzieht, wohingegen ich in Kalifornien nicht alt werden möchte und auch in Ghana nicht alt werden möchte. Aber auf Sizilien könnte ich mir das gut vorstellen. Du eben, du hast ja beim Dolmetsch, hast ja auch Italienisch studiert. Das heißt, du kannst das natürlich immer noch, sprichst du noch viel Italienisch oder versuchst du da noch viel zu sprechen? Ich habe alle Reisender abonniert. Also ich schaue eigentlich täglich irgendwas im italienischen Fernsehen. Und ich habe Freunde noch in Mailand und in Palermo. Und da ist zu Geburtstagen, zu Weihnachten oder im Sommer, wenn man doch jetzt durch Corona jetzt die letzten paar Jahre war, ist nicht so viel gereist worden. Aber entweder ich bekomme Besuch aus Italien oder ich fliege wieder runter. Du hast ja auch ganz große Erfolge auf der Musicalbühne gefeiert. Zum Beispiel bei Tanz der Vampire. Das war ja unter Regie von Polanski, Roman Polanski. Lang, lang ist her. Und da hast du sogar einen internationalen Musicalpreis gewonnen. Zieht es dich auch jetzt wieder so ein bisschen oder könntest du dir vorstellen, wieder so ein bisschen auf die Musicalbühne zurückzukehren? Ich könnte mir das sehr gut sogar vorstellen. Allerdings glaube ich nicht. Also früher, wir haben achtmal die Woche gespielt. Und es ist doch schon über 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal im Musical gemacht habe. Also so achtmal die Woche. Wobei jetzt ging es wieder. Jetzt sind meine Kinder schon fast erwachsen, so junge Männer, Teenager. Jetzt könnte ich eigentlich wieder achtmal die Woche arbeiten. Ich habe mich ja in den letzten Jahren sehr eingeschränkt auch, weil ich sehr gern Mama bin, war und bin. Nur jetzt brauchen sie mich halt immer weniger. Aber jetzt könnte ich mir das ganz gut wieder vorstellen, mehr zu arbeiten und regelmäßiger einfach auf die Bühne zu gehen wieder. Ja, weil du deine Buben, also zwei Buben hast du, den Elias und den Calvin. Der Calvin, glaube ich, ist schon ausgezogen. Das ist jetzt um den 19. Der ist 19, der lebt jetzt schon ein Jahr nicht mehr zu Hause, weil er eine Lehre in der Gastro macht, Ausbildung in Gastronomie. Und hat eine Dienstwohnung bekommen, weil es im südlichen Burgenland ist. Und der Kleine, der Kleine, so viel größer als sie, der ist auch schon über 1,80, der Kleine, geht ins Gymnasium und der lebt noch bei mir. Wenn du sagst, der Älteste hat der Gastro oder macht der Gastro-Ausbildung, haben beide Kinder nicht auch ein bisschen so künstlerische Ambitionen gehabt? Oder war das für die von vornherein klar, nö, das wollen wir nicht? Also sie haben nie künstlerische Ambitionen gehabt. Sie können beide super singen, haben beide ein tolles Rhythmusgefühl. Sie sind beide sehr lustig, wenn sie wollen. Also sie haben viel Humor, meine Söhne. Aber es zieht sie nicht auf die Bühne. Das ist auch immer so spannend, weil sie auch sehen, dass bei der Mama das nicht immer nur Leiband ist, sondern auch sehr, sehr viel Arbeit. Das glaube ich nicht, weil ich bin ja glücklich, ich jammer ja nicht. Und sie haben mich auch sehr viel, ich bin kleiner geworden überhaupt, weil da bin ich um 6, halb 7 ins Theater gegangen und da waren sie dann schon bettfertig. Also da haben sie mich kaum vermisst und in der Früh war ich eh schon wieder da. Nein, das glaube ich eher, das glaube ich gar nicht. Das heißt, sie hören mich eigentlich nie über meinen Beruf jammern. Aber sie haben irgendwie keine, ich glaube, sie haben auch keine Vorstellung, womit ich Geld verdiene tatsächlich. Oder was das, weil wir leben, also das ist jetzt nicht so ein Künstlerhaushalt, weil wir sind ganz, das ist ganz normal und ich bin eine ganz normale Mama. Und mein Beruf ist eigentlich in unserem Alltag sehr wenig integriert. Also dann bin ich Mama und dann bin ich Mama und dann hat das eigentlich nichts. Da wird dann nichts über die Arbeit geredet. Jetzt reden wir aber über die Arbeit und zwar über das neue Programm, Radikal inkonsequent. Natürlich sofort erste Frage aufgelegt, wo bist du selber radikal inkonsequent? Die Frage kommt immer, immer, immer. Toller Titel. Inkonsequent bin ich eigentlich bei allem, immer und überall, muss ich sagen. Und es hat für mich aber jetzt nicht unbedingt diesen negativen Beigeschmack, es ist ja nicht negativ konnotiert, weil das Gegenteil ist diszipliniert oder, weiß nicht, dass man sich halt im Griff hat. Aber ich finde dieses Inkonsequentsein auch mal, insofern, dass man mal locker lässt, dass man mal sagt, okay, es muss jetzt, lassen wir mal fünf Werkrode sein. Dieses Inkonsequent bei mir halt überhaupt mit, ab morgen mache ich täglich Sport, mhm, ab morgen kein Zucker, kein Alkohol, mhm. Also da bin ich herrlich inkonsequent. Und ich erlaube mir auch, inkonsequent zu sein, insofern, als ich auch meine Meinung ändern, also ich möchte meine Meinung ändern dürfen. Und muss dann nicht auf Biegen und Brechen an irgendwas festhalten, was ich vor einem Jahr gesagt habe, wenn heute eine ganz andere Situation ist. Also da wäre es mir sehr recht, wenn die Politik ein bisschen inkonsequenter wäre, ab und zu. Ja, einfach. Apropos Politik, da hätten wir jetzt auch das Thema, weil du bist ja alleinerziehende Mutter zweier Söhne, warst halt immer für deine Söhne alleine verantwortlich. Und wir haben ja jetzt dieses berühmte Burgergate vom Kanzler, das du sicher mitbekommen hast, die Geschichte wegen Armut. Und wenn man halt kein Geld hat, dann soll man sich halt, einen Burger kann man sich immer leisten, um seine Kinder zu ernähren. Was macht sowas mit einer Mutter? Meine ganz ehrliche Meinung, ich gebe auf sowas, ich höre niemand mehr hin. Mich interessiert das null. Das hat die Politik geschafft. Weil sie können reden, was sie wollen. Also ich reg mich weder auf, noch freut mich was, weil sie dann im eigenen Mist herumstochern und sind hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt, unsere Politiker, und mich interessiert es nicht mehr. Der kann reden, was er will. Und es ist Eigenverantwortung. Also jede Mutter, jede Familie, der Kanzler kann reden, was er will. Ich muss schauen, dass ich mit meiner Familie das gut hinkriege, im Rahmen der bestehenden Gesetze und Regelungen. Und wenn mir das nicht passt, kann ich ja den anderen wählen. Leider Gottes gibt es in Österreich für Menschen wie mich keine einzige Partei, die meine Werte und meine Ansichten vertritt. Deshalb, ich weiß nicht, wen ich wähle. Also so viel zu Bye-Bye-Demokratie. Stimme dir da vollkommen zu, wenn man merkt, irgendwann einmal... Ja, also so viel zum Burger geht oder zur Ibiza-Affäre oder sowas, das ist... Man kann, man hat so viele Finger, hat man gar nicht. Und deshalb, für mich, also das hat die Politik tatsächlich geschafft, dass man links oder rechts vorbeigeht und jeder rette sich, wer kann. Weil eben da würde ich mir mehr Inkonsequenz wünschen, dass man sagt, okay, was, das geht nicht mehr mehr. Du kannst keine Sozialpolitik betreiben in die 50er-Jahre oder in die 70er-Jahre. Ja, es geht nicht mehr mehr. Und dieses konsequente Festhalten an ganz wirklich festen statischen Organisationen und Institutionen, das... Und ich denke, die Bevölkerung wäre schon bereit für einen radikaleren Wandel. Nur die Politik ist halt, glaube ich, ein bisschen zu feige, weil sie machen ja alles Mögliche, um Wähler nicht zu verlieren. Jetzt wäre es halt toll, wenn sie mal was Tolles machen würden, um Wähler nicht zu verlieren. Und vielleicht auch neue Wähler dazu zu gewinnen. Dass man... Also ich werde wählen gehen, aber ich... Wahrscheinlich ungültig, weil das ist noch meine letzte Chance, diese Demokratie zu vertreten. Aber es gibt keine Partei, die mich tatsächlich vertritt. Das war sehr politisch. Ja, sehr politisch. Sehr politisch war das Thema. Versuchen wir wieder ein bisschen zurück zum Programm zu kommen, also radikal inkonsequent. Du wirst dort auch viel mehr singen als in deinen letzten Programmen. Ja, also ich will nicht zu viel verraten, natürlich. Es wird mehr gesungen als in einem, sage ich mal, normalen Kabarett. Es wird dennoch viel, viel Klamauk, viel, viel, also diese... Aber ich versuche ein bisschen von diesem Ulknudel-Image wegzukommen und mehr Facetten zu zeigen. Und ich bin draufgekommen in den letzten Programmen, dass, obwohl ich viele Jahre Musical gesungen habe, dass die Menschen mich jetzt als Sängerin überhaupt nicht am Schirm haben und sie alle wundern, dass ich singen kann. Und jetzt habe ich mehr Lieder eingebaut ins Programm und bekannte Lieder, das ist alles gecovert. Aber ich habe zu den meisten an deutschen Dialekttext selber dazu geschrieben. Was wird denn da überhaupt die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten in deinem Programm? Also es wird ja auch ein bisschen persönlich werden. Es ist immer persönlich, weil ich kann nur aus dem schöpfen, was ich sehe, was aus mir kommt. Und es geht eben um meinen Beruf, um die Wahrhaftigkeit, um die Ernsthaftigkeit beim Lustigsein. Ja, so ist es. Und dann auch eben um Beziehungen, um Frauen in meinem Alter, die allein sind, die single sind, die ledig sind, alleinerziehend sind, dann mit Freundinnen reden und halt alle möglichen Tipps bekommen. Und das Ganze hat immer gespickt mit Liedern. Weil du sagst Single, das heißt, du bist derzeit Single? Ich bin nicht derzeit, ich bin schon sehr lange Single. Schon sehr lange Single, okay. Wie müsste denn der Mann sein, der dein Herz erobern kann? Gesund. Man wird ja schon ein bisschen bescheiden, oder? Man wird sehr bescheiden, ja. Gesund, hauptsächlich gesund. Und psychisch und physisch, vor allem psychisch. Wie müsste er sein? Ich habe jetzt gar nicht so große, er darf nicht langweilig sein. Deshalb habe ich gemerkt, dass oft Männer, wenn sie ganz schöne, ganz hübsche, attraktive Männer sind, die verlieren dann sehr schnell, sehr viel, wenn sie fadig, bimpft sind, wie wir in Burgenland sagen. Und charmant, Humor natürlich, großzügig, kein Pfennigfuchser, nicht geizig, nicht einfach ein Leben. Leben und Leben lassen, jemand der weiß, wie man gut lebt. Es ist ja oft so, dass gerade bei Beziehungen wird es immer so viel zitiert, die Kompromisse. Wenn man schon länger alleine ist, ist man da eigentlich noch bereit, so wirklich Kompromisse einzugehen? Oder besser gefragt, welche Kompromisse könntest du nicht mehr eingehen? Das habe ich mir noch nie überlegt. Das ist eine sehr gute Frage. Welche Kompromisse? Eben diese Inkonsequenz zieht sich ja auch dadurch, wenn ich sage, ich würde nie mit einem Mann zusammenziehen mehr. Ich würde nie einen gemeinsamen Haushalt führen wollen. So gehe jetzt. Wer weiß, wie es in zehn Jahren ausschaut. Also da hüte ich mich ein bisschen, so Statements von mir zu geben, weil you never know, was weiß ich, was mich dann reitet, dass ich dann plötzlich alle Kompromisse oder alle Vorsätze über Bord werfe. Welche Kompromisse? Eigentlich gar nicht. Wie gesagt, ich habe mir über das nie Gedanken gemacht. Ich merke halt, dass ich durch meine Kinder schon eben eher Fünfe-Gro-Design lasse oder wenn sie mir den Geschirrspüler einräumen, bin ich einfach dankbar, dass der Geschirrspüler eingeräumt ist und gehe nicht die Döller nachschlichten, damit mehr reinpasst oder so. Also das habe ich schon gelernt. Es muss nicht alles nach meinem Schädel mehr gehen, weil meine Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten. Und wenn die eine Idee haben und das durchziehen, bin ich sehr froh, dass sie eine Idee hatten und die auch durchgezogen haben. Und da versuche ich so wenig wie möglich eine zu pfuschen. Und das fängt halt an bei so banalen Sachen wie Geschirrspüler einräumen oder die Waschmaschine einräumen. Absolut, das stimmt. Da darf man dann nicht irgendwie zu streng sein. Da bin ich froh, wenn sie das machen. Genau, Gott sei Dank ist es überhaupt passiert. Könntest du dir überhaupt ein Leben ohne die Bühne vorstellen? Also wenn aus irgendwelchen Gründen das jetzt nicht mehr möglich wäre. Ja, natürlich. Hättest du immer einen Plan B? Naja, mein Plan B wäre, ich bin jetzt eh schon alt genug, ja. Mein Plan B wäre, ich würde nach Sizilien ziehen und dort wahrscheinlich auf Kinder aufpassen, so eine Leihoma werden. Ja, war sehr schön. Du hast dir, glaube ich, in irgendeinem Interview auch gesagt, du könntest dir auch wieder vorstellen, zurück ins Burgenland zu gehen. Weil Wien ein bisschen zu hektisch und zu laut. Was ist so das, was, 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 was. Gut, das Burgenland ist deine Heimat, man ist immer ein bisschen heimatverbunden, aber was ist das so besonders Schöne am Burgenland? Und, naja, diese, das, 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 das Ländliche, das, das, es ist alles kleiner, es ist alles ruhiger, es ist alles familiärer. Ich meine, ich habe mir das auch in Wien hier geschaffen, in meinem Kretzl, habe ich auch so meine Anlaufpunkte, wo man die Menschen kennt, wo man sagt, hörst du, jetzt habe ich die drei Wochen nicht gesehen, wo warst du, nein, ich war krank. Also, das habe ich schon in Wien mir auch geschaffen, dieses, dieses familiäre. Das geht schon auch in der Großstadt. Aber mir ist Wien, also mit den, ich war viel mit den Öffis und mir ist da einfach immer zu viel los, zu hektisch. Und das ist, hat nichts mit Corona zu tun, mit Menschen aufläufen oder so, sondern ich glaube, das ist auch generell das Alter. Oder wenn ich halt dann ganz alte Menschen in Wien sehe, die bei Grün über die, über die, über den Zebrastreifen gehen und mitten im Zebrastreifen wird es halt schon wieder rot, weil sie so langsam gehen, dann sind mir all die Menschen in Wien eigentlich wahnsinnig leid, weil das muss furchtbar stressig sein für alte Leute in Wien. Und ich, und für mich sind es schon stressig, ja. Also, oder wenn du das Fenster kippst, ja, und am Fensterbredel kannst du am Abend dann schreiben. Der ganze Feinstaub, der staubt ja von außen. Und das sind alles so Sachen, ich meine, die Luft, von Wien nach Eisenstadt zum Beispiel, man riecht, die Luft ist schon anders. Wo holst du dir denn dann eigentlich auch deinen Ausgleich, die Ruhe, die Kraft? Eigentlich, indem ich mich verstecke, das ist wurscht wo, also verstecke, dass ich halt bei mir zu Hause bin. So ein Mummel, so ein Lull und einfach eine Zeit lang eben nicht zum Telefon gehe, nicht in den Fernseher einschalte, gar nichts mache. Und jetzt, wie es so heiß ist, weil es ist immer noch sehr, sehr warm, aber weil es jetzt so lange so heiß war, bin ich meistens von neun am Abend bis elf am Abend spazieren gewesen in der Nacht. Und das ist, das ist sehr erbaulich. Das gefällt, das tut mir gut. Wenn du dir auch, so wie jetzt für dein neues Programm, auch viele persönliche Sachen hast, reinarbeitest, kann man davon ausgehen, dass die Inspiration eben aus deinem täglichen Leben kommt. Überlegt man dann, wie weit man sich da öffnet für die Kunst, für seine Arbeit oder sagt man, man geht da all in? Also es ist, da geht es jetzt ums Produkt und nicht um die eigene Persönlichkeit, beziehungsweise um das Private, wenn du sagst, wenn du gibst, gibst dir relativ viel dann von dir preis. Ja, aber das, was ich preisgebe, ist ja von mir abgesegnet. Ja, weil privat ist privat. Ja. Und auch in einem Interview, also ich würde nie was sagen, was ich nicht sagen will. Das kann man nicht aus wie Patschen aus mir. Also man kann schon davon ausgehen, dass das alles ehrlich ist und reinen Herzens geschieht, aber das halt das, was mein Leben und mein Privatleben betrifft, das bringe ich sicher nicht auf die Bühne oder in die Zeitung oder in die Medien, weil das, was ist da noch privat, was bleibt denn dann privat? Also das. Ist es auch so, deswegen, du bist ja auch, glaube ich, nicht wirklich auf Social Media unterwegs, oder? Also überhaupt diese Technische. Und da weiß ich schon auch immer, welche Fotos da raufkommen und so, aber ich schaue, ich habe auch kein Smartphone und ich schaue auch nicht auf Facebook. Also überhaupt nicht Social Media existiert für mich nicht. Und ich habe halt gerade mein Handy, was habe ich, das Klapp-Handy. Und das reicht mir völlig. Also diese ganze moderne Technik und so, das ist nicht so dein Ding. Nein, die Welt wäre eine bessere ohne Amazon und Twitter und Meta. Und was sagst du dann zum Beispiel, wenn jetzt alle gerade überall in aller Munde ist, dieses KI eben, diese künstliche Intelligenz, das für einen Texte schreibt, das Bilder generiert. In Hollywood wird ja auch große Sorge, dass dann Leute, genau, und dass dann auch Leute quasi Gesichter nachgemacht werden. Was soll ich dazu sagen, ist Eigenverantwortung. Wenn alle mitmachen wie die Lemminge, ja, dann sollen sie halt ertrinken. Also wie gesagt, ich, und ich kann mich nicht wehren. Also wie so immer, ich wehren gegen vieles kannst du ja nur mehr. Also Banking oder Online-Banking, ich gehe halt dreimal im Monat auf die Bank mit meinen Poyer-Log-Scheinen und stecke die in den Automaten rein. Also man kann auch selbst in Eigenverantwortung sagen, wenn ich davon nichts halte, muss ich ja nicht mitmachen dabei. Wenn das genug Menschen tun, aber es gibt, glaube ich, viel weniger, ich bin die absolute Minderheit, was das betrifft, alle finden das so super. Jetzt gibt es es aber schon lang genug. Und ich sehe es ja unbedingt eine Verbesserung, ja, weder im Bildungswesen noch im sozialen Umgang miteinander. Also dann kann man es ja wieder bleiben lassen. Aber Menschen tun es nicht. Und dann wird gejammert, ich meine, ich lache mich innerlich, lache mir manchmal wirklich krumm, wenn es dann jetzt da, es gibt es wieder eine eigene, EU will jetzt wieder eine eigene Kommission oder Ministerium oder was weiß ich, gründen, die die KI-Intelligenz beaufsichtigen, dass da ja nichts. Also die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los, weil das ist ja ein Schneeball-Effekt. Es wird dann immer, und dann gibt es wieder die, und dann war es nicht, Fake News, es wird eh schon genug Blödsinn geschrieben. Ja, also der Journalismus ist ja eher hinfällig geworden, wenn es heute jetzt Publizistik und wenn es Journalist werden willst, kann ja jeder, kann ja was ins Internet stellen. Und das macht mich traurig, mich macht das traurig. Ja, weil diese, auch dieses Ansehen, dieser Werteverlust, also ein Beruf noch, auch der Beruf des Sängers oder Schauspielers, diese tausend Castingshows, und dann glaubt man halt, das ist es, wenn man drei Minuten Ruhm hat. Aber das ist ein Beruf, das ist ein Handwerk. Und das finde ich halt sehr schade. Und das geht durch diese ganzen sozialen TikTok-Stars. Das sind Millionen oder schwere TikTok-Stars. Ja, ich habe auch nichts gelernt. Ja, TikTok-Star. Genau, Stichwort Influencer. Ja, oder Influencer. Ja, genau. Den schnellen Ruhm und das Glühwürmchen. Ich sage immer so, das Glühwürmchen, das verglüht dann irgendwann so mal. Es ist genau, das ist, was du auch angesprochen hast, eben dein Beruf, der Beruf Künstler, Sängerin, Schauspielerin, ist ein Handwerk, also nicht Handwerk, aber ein Beruf, das muss man lernen. Es ist ein Handwerk. Genau. Was würdest du jetzt jungen, ambitionierten Menschen vielleicht als Tipp mitgeben, die sich noch drüber trauen und diesen Beruf gerne machen würden? Wenn ich zynisch sein darf, werdet TikTok-Stars. Und das mit Qualität. Und vielleicht entdeckt euch dann, dass das was Nachhaltiges wird. Aber einfach machen. Einfach machen. Was ist denn dann so dein Mantra und dein Lebensmotto, was dich begleitet? Also ich sage immer, für irgendwas wird es schon gut sein. Also ich nehme es so hin, ich habe schon Pläne, aber wenn die nicht in Erfüllung gehen oder wenn die irgendwie durch irgendwas gekreuzt werden, dann halte ich mal in und dann denke ich mir, okay, warum ist das jetzt passiert? Kann ich mit dem was anfangen? Also für mich ist das nicht gleich a priori negativ, sondern ich versuche da was herauszulesen und vielleicht was vermeintlich Negatives, aus der Not der Tugend zu machen. Was vermeintlich Negatives ins Positive umzukehren. Und deshalb kann mich so schnell jetzt nichts erschüttern und auch, wir rennen ja mit offenen Augen ins Messer, also auch das mit dem Klimawandel und so, das ist alles absehbar und man wird sich dann nach der Decken strecken müssen. Das ist, wir brauchen uns gar nicht groß wundern und wow, wow, Katastrophe. Das ist das Haus gemacht, das ist selbst gemacht und damit werden wir dann umgehen lernen. Das ist so easy. Also ich sehe das so easy. Also easy, aber anders geht es ja eh nicht. Was ist Situation und wie gehe ich um damit? Aber nicht lamentieren, dieses Wehleidige taugt mir nicht so. Einfach machen. Das hat keiner gesagt, dass das Leben eine Spaziergung oder ein einziger Urlaub mit Cocktailglasen in der Hand ist. Schade eigentlich, oder? Nein, ich weiß nicht. Nein, mir taugt es schon, wenn ich ins Schwitzen komme. Also du brauchst ein bisschen den Druck. Radikal inkonsequent, dein neues Programm. Alle Termine, schätze ich, gibt es auf deiner Homepage? Alle Termine, das sind sehr viele, Gott sei Dank, ich spiele Oktober, November ganz, ganz viel. in ganz Österreich bis Kufstein. So weit westlich war ich, glaube ich, überhaupt noch, ja, bis Kufstein. Nein, Bregenz habe ich auch schon gespielt. Aber so weit westlich war ich überhaupt noch nie. Und ich würde mich sehr freuen, auf meinem, kann ich die Homepage sagen, oder kann ich das einblenden? Eva-Maria-Marold, in einer Wurst durchgeschrieben, .at. Perfekt. Liebe Eva-Maria, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und nutzen Sie doch doch einmal wieder die Gelegenheit, gehen Sie ins Kabarett, lachen Sie ordentlich, denn Lachen ist gesund und macht glücklich. Foote gobert. Luis ist gesund,